Liebe Studierende, willkommen zum achten Podcast des Semesters. Als direkte Anwendung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik betrachten wir die Wärmekraftmaschinen, das heisst das Konzept des Motors sowie der Wärmepumpe. Als Abschluss des Kapitels Thermodynamik führen wir die Entropie ein. Zuerst das allgemeine Prinzip einer Wärmekraftmaschine. Wärme fließt aus einem Wärmebad mit der hohen Temperatur T2 über die eigentliche Maschine in ein anderes Wärmebad mit der niedrigeren Temperatur T1. Dabei wird von der Maschine die Differenz von zu- und abfließender Wärme in mechanische Arbeit ΔW umgewandelt. Wir wollen uns eher auf die Behandlung geschlossener Maschinen beschränken, wo das Arbeitsmedium in der Maschine ein ideales Gas ist. Im PV-Diagramm ist festgehalten, wie das Gas in der Maschine arbeitet. Bei einem Kreisprozess im PV-Fasendiagramm, das heisst bei einem thermodynamischen Zyklus, bestehend aus einem Inweg 1 und Rückweg 2, lässt sich für den gesamten Rundweg schreiben, dass die Variation der inneren Energie gleich Null sein soll. Nach dem Rundweg ist das Gas wieder im Ausgangszustand, das heisst ohne Energieverlust. Die ihm effektiv zugeführte Wärme ΔQ ist in Arbeit umgewandelt worden. Diese effektive gewonnene Arbeit entspricht der Fläche enthalten im thermodynamischen Zyklus. Eine wichtige Kenngrösse einer Wärmekraftmaschine ist hier der Wirkungsgrad Eta, definiert als Verhältnisse zwischen effektive abgegebene Arbeit und aufgenommene Wärme. Da in unserer Konvention ΔQ2 positiv ist und ΔQ1 negativ ist, kommt Eta kleiner als 1. Es gibt keine periodisch arbeitende Maschine, die nichts anderes bewirkt als die Umwandlung von Wärme in Arbeit. Der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine muss stets kleiner als 1 sein. Eine Wärmepumpe stellt die Umkehrung einer Wärmekraftmaschine dar. Wärme wird gezwungen, von einem kalten Wärmebad T1 in ein wärmeres T2 überzugehen. Das funktioniert unter Aufwendung von wertvoller mechanischer Arbeit ΔW. Da man bei einer Wärmepumpe entweder an der Wärme ΔQ2, die im oberen Wärmebad abgegeben wird, z.B. bei der Raumheizung, oder an der Wärme ΔQ1, die dem unteren Wärmebad entzogen wird, z.B. beim Kühlschrank, interessiert ist, definiert man eine sogenannte Leistungsziffer Epsilon. Eine Wärmepumpe ist umso wirkungsvoller, je grösser die Leistungsziffer Epsilon ist. Als Beispiel einer Wärmekraftmaschine betrachten wir den Heißluftmotor. Der Heißluftmotor wurde von Stirling erfunden, mehr als 60 Jahre vor dem Diesel- und dem Automotor. Wir haben die Wirkung des Heißluftmotors schrittweise eingeführt, und zwar als Reihenfolge von Isothermen, Isokoren, Isothermen und schließlich Isokorenprozesse beschrieben. Der resultierende Wirkungsgrad Eta ist gleich 1 minus T1 über T2, sodass je grösser ist der Temperaturunterschied zwischen den beiden Wärmebädern, desto grösser ist der Wirkungsgrad. Bei der Darstellung der Stirlingmaschine hat man zwei Isokoreprozesse bei dem Wärmebadtausch angenommen. Falls man die beiden Isokoren durch zwei adiabatische Teilprozesse, wobei Delta Q gleich 0 ist, ersetzt, kommt man dann genau zum Arbeitszyklus der Carnot-Maschine. Für die Carnot-Maschine kommt der gleiche Wirkungsgrad heraus wie beim Stirlingmotor. Die Carnot-Maschine ist eine ideale Maschine. Isotherme und adiabatische Prozesse sind reversibel, wenn sie genügend langsam ablaufen. Wirklich in der Natur vorkommende Prozesse sind stets irreversibel. Der Wirkungsgrad einer realen Maschine wird jedenfalls noch geringer als der der idealen Maschinen sein. Der Begriff reversibel und irreversibel bedeuten umkehrbar bzw. nicht umkehrbar. Alle wirklich in der Natur und im Experiment ablaufenden Prozesse sind irreversibel. Zum Beispiel hat die Wärme selbst die Eigenart, nur von einem heißen zu einem kälteren Körper zu fließen. Der umgekehrte Vorgang wird nicht beobachtet. Diese Begriffe gewinnen an Bedeutung durch die Diskussion der Entropie. Die Entropie ist eine physikalische Größe, die bei irreversiblen Prozessen anwächst und bei reversiblen Prozessen konstant bleibt. Phänomenologisch stellt die Entropie die Ordnung respektive Unordnung eines Systems dar. Für eine quantitative Anhabung der Entropie definiert man die sogenannte reduzierte Wärme als Verhältnisse zwischen ausgetauschte Wärme und Temperatur, was auch als Variation der transportierten Entropie bekannt ist. Für die Entropie gilt, anders als etwa für die Energie, kein Erhaltungssatz. Die Entropie ist aber eine Zustandsgrösse. Für unsere konkreten Betrachtungen haben wir ideale Gase und den Carnot-Prozess berücksichtigt. Jeder reversiblen Weg zwischen zwei Zustände in der PV-Ebene kann im Koordinatennennst der Adiabaten und Isothermen in infinitesimale adiabatische und isotherme Schritte zerlegt werden. Ausgehen von einem Zustand mit der Entropie S führt ein reversibler Rundweg eindeutig zu diesem Entropiewert zurück. In anderen Worten, das Ringintegral der reduzierten Wärme ist gleich Null. Bei einer realen Maschine ist irgendwo eine Inreversibilität eingebaut. Der Wirkungsgrad wird dadurch kleiner. Das Ringintegral muss somit kleiner als Null sein. Es folgt die Clausiusche Ungleichung für reale Prozesse. Die auf einem irreversiblen Weg, z.B. aus einem Wärmebad in das Arbeitsgas, transportierte Entropie, ist stets kleiner als die auf einem reversiblen Weg transportierte Entropie. Man kann mit einem positiven Zusatzterm die Ungleichung in eine Gleichung umschreiben. Oder anders gesagt, bei einem irreversiblen Prozess wird stets Entropie erzeugt. Das ist genau die Aussage des zweiten Absatzes der Thermodynamik. Nur bei reversiblen Prozessführungen wird keine Entropie erzeugt. Zusammengefasst bei irreversiblen Prozessen in abgeschlossenen Systemen klettert man also stets die Entropiefläche hinauf. Das System versucht, den Zustand größerer Entropie, d.h. größter Unordnung, zu erreichen. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Einerseits werden wir kurz die Transportvorgänge behandeln und den Fotoeffekt als Mutter aller Experimente zur moderne Physik, sprich die Quantenphysik, einführen. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen. Amen. Amen.